Lieber Teich, Lieber Teich, zu übernehmen wieder mein Reich, mein Reich, Heidenreich. Ja, geil. Und der sieht fast so aus wie du, ne? Der sieht fast so aus wie du. Nee, der sieht aus wie der, wo ich mal geritten hab. Wo du geritten hast? Ja, der Lindwurm in der Nibelogen Saga. Ah, der Drache. Ah, der Drache. Ja, getan als ein Trafenboden. Cool, cool, sehr schön. Und jetzt mal wieder zurück zum Kartoffelmaik. Rettet die deutsche Kartoffel! Genau. Rettet die deutsche Kartoffel! Rettet Angela Merkel! Rettet Angela Merkel! Rettet die Angela in Berlin! Rettet die deutsche Kartoffel! Und Kartoffelmaik, bist du bereit, mal einen Bohnenkapp abzusaufen mit den Fans jetzt? Ich kann nur eins dazu sagen. Deutsche Hecke! Leute, wählen die deutsche Hecke! Das ist deine Partei, oder? Deutsche Hecke! Die deutsche Hecke, nein! Grundsätzlich Kartoffelmaik, eine solide Partei, richtig? Deutsche Hecke an die Front! Und der drei der Afteshavt-Sachin! Ok! Und das ist das Kugelmaik. Und das ist das Kugelmaik Assisi.